Ja, hier ist wieder Kipsova Nova mit einem weiteren Video aus der Welt der Science Fiction und wir haben ja schon auf Guardians of the Galaxy Teil 3 reagiert, also auf den Trailer, es gibt aber noch einen langen Trailer, aber wir haben heute einen kurzen Trailer hier und zwar geht es um Groot, jawohl, ihr habt richtig gehört, der beste Pflanzenkumpel von Waschbär Rocket Raccoon, ich bin Groot, bekommt anscheinend seine eigene Serie auf Disney Plus und da haben wir einen ganz, ganz kurzen Trailer, da geht gerade mal eine Minute, schauen wir mal rein. From the studio that brought you Avengers, Avengers Endgame and Infinity War. Kommt ein Held, na, mit wenigen Worten, der Held der wenigen Worte. Oh, ich mag ja den kleinen Groot, den, ähm, Baby Groot oder den, 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 den jungen Groot. Der ist richtig, oh, guck doch mal, sind das Blattläuser oder Groot Samenkörner? Oh, der ist cute, guckt doch mal, 10. August, oh, 5 Shorts, okay, 5 kurz, auf Disney Plus. Oh, guckt mal, ja, als Schäfchen oder was weiß ich das? Oh, I am Groot. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön, also, guckt unbedingt rein, ähm, wann nochmal, äh, na, am 10. August, Original Shorts Streaming am 10. August, I am Groot, Marvel Studios, ja, wunderbar, da schaut unbedingt rein. Wenn ihr schon bei Groot sind und bei Rocket, habe ich noch eine kleine Info für euch, und zwar, was wäre ein Rocket ohne Groot? Hm? Schaut mal in den Kanal, den ich unten verlinkt habe, und da seht ihr einen Rocket, und der will demnächst auch einen Groot haben. Ich will mal nicht zu viel verraten, fragt am besten Rocket selbst. Ich wünsche euch was, einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Urlaub, eine schöne Nacht. Bleibt neugierig, ihr kippt so, Nova, Ende und Out.